Hallo Luftfahrtbegeisterte, ich bin Thorsten, ein RealLife Airbus Pilot und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt den ersten Teil dieser Videoreihe gesehen, habt euch erfolgreich auf Watzim registriert, habt den S0 Kurs abgeschlossen, seid online gegangen und fragt euch nun, wie fülle ich einen Flugplan aus? Dieser Frage gehen wir heute nach und dafür begeben wir uns in den Briefingraum. Wir befinden uns wieder auf der Watzim Hauptseite, hier im sogenannten Dashboard. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Flugplan aufzugeben. Die eine Möglichkeit ist hier über das Watzim Dashboard, dann auf Flight Planning und auf File Flight Plan. Hier müsst ihr allerdings alles von Hand eintragen, euer Rufzeichen, eure Departure, eure Route müsst ihr von Hand eintragen und auch die anderen Informationen, was sehr aufwendig sein kann. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch hier sind, um die andere Variante kennenzulernen, nämlich über das Programm SimBrief. Und hier sind wir bei SimBrief. Gleich die Anmerkung vorneweg, wenn ihr offline fliegen wollt, so reicht es vollkommen aus, wenn ihr auf SimBrief.com geht und dort die Flugpläne macht. Solltet ihr aber vorhaben, online zu fliegen, so kann ich euch nur empfehlen, über Navigraph zu gehen und euch dort die Subscription zu kaufen. Die Subscription kostet leider 97 Euro und beinhaltet Charts, die Navigationsdata, die jeden Monat upgedatet wird und die Flugplanungssoftware. Ich denke, die meisten von euch wollen online fliegen und haben dann wahrscheinlich auch die Subscription, dementsprechend müsste das bei euch auch grün sein. Das ist die Hauptseite von SimBrief. Um jetzt einen neuen Flugplan zu machen, müssen wir auf New Flight gehen. Hier müssen wir einige Informationen ausfüllen. Wir haben jedoch das Glück, dass uns das Programm dabei hilft. Wir fangen hier oben links bei der Flight Information an und geben dann die Airline ein. Wir sind heute die Emirates und fliegen von Frankfurt nach New York. Dementsprechend geben wir hier die UAE ein, die Flugnummer 100. Wir gehen von Frankfurt, also Echo Delta Delta Foxtrot, nach New York. Kilo JFK. Und Alternate seht ihr bereits das Wörtchen Auto. Das bedeutet, das System wird uns automatisch ein Alternate zuweisen. Departure ist auch automatisch. Ihr seht die Zeit, wo ich aufgenommen habe, 10.13 Uhr. Also ungefähr 30 Minuten schlägt das Programm obendrauf. Ich kann euch aber nur raten, gebt euch genügend Zeit. Ihr könnt es zum Beispiel auch umändern auf 11.20 Uhr. Ihr solltet nur darauf achten, dass bei einem Event diese Zeit mit eurem Slot übereinstimmt. Wir gehen weiter zur Aircraft-Info. Wir sind heute unterwegs mit dem A330-900. Dementsprechend können wir hier auch A339 auswählen. Und dann macht das System automatisch Default. Wenn wir da draufklicken, können wir aber die einzelnen Flugzeuge, die wir haben, auswählen. In unserem Fall ist das der Headwind Simulations MSFS A339X. Und dann sehen wir, dass automatisch ein Climb und ein Descent-Profil erstellt worden ist. Den Kostindex lasse ich persönlich auf Auto. Ihr könntet ihn auch umstellen auf Mach 8.0, Mach 8.2, Mach 8.4 oder auf Long-Range Cruise. Ich persönlich lasse ihn einfach mal auf Kostindex stehen und auch automatisch. Dann macht das System einen Kostindex. Joulefaktor lasse ich auf P0 stehen. Solltet ihr wissen, dass euer Flieger grundsätzlich 5% oder 3% mehr Sprit benötigt, als SimBrief es ausrechnet, dann könntet ihr hier auf plus 5 Stellen, plus 3 Stellen, was immer ihr wollt. Dann würde das natürlich berücksichtigt werden. Ich lasse es auf P0 stehen. Das ATC-Call sein wäre in meinem Falle die UAE, OneTangoFoxRot. Und die Registrierung habe ich ja bereits auf den Flieger direkt gemacht, angelegt. Alpha 6, Echo, Romeo, Golf. Die FIN-Nummer ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber der Cell-Call. Cell-Call in diesem Fall ist Alpha, Golf, Lima, Romeo. Und was ist der Cell-Call? Der Cell-Call ist ein sogenannter Selective-Call. Der Cell-Call wurde eingeführt, als die primäre Kommunikation über dem Atlantik noch über sogenannte HF-Frequencies ging, also HF, High Frequency. Dort hat man den sogenannten Cell-Call eingerichtet, dass man nicht immer auf der Frequenz hören muss, sondern man wurde dann angerufen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie es sich anhört, wenn man auf einer HF-Frequency immer auf Hörbereitschaft ist. Ihr hört schon, es ist nicht nur schwierig, den anderen zu verstehen, sondern es ist auch ein permanentes Rauschen dort im Hintergrund. Und das möchte man nicht haben. Wir können aber auch HF nicht einfach stumm schalten, denn sonst würden wir ja nicht mehr hören, wenn ATC uns ruft. Um das zu umgehen, hat man den sogenannten Selective-Call eingeführt. Das ist eine Kennung, eine vierstellige Kennung, für jedes Flugzeug unterschiedlich. Und da macht man einen sogenannten Cell-Call-Check, indem man dem Controller die Buchstaben seines Cell-Call-Rufes gibt, nämlich Alpha, Golf, Lima, Romeo. Und der macht dann einen Check. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das sich anhört. Das sind die Töne, die ihr hört bei einem Cell-Call-Check. Was passiert dann? Nun ja, das HF-1-Call-Sign würde anfangen zu leuchten, und es würde klingeln, wie bei einem Telefon. Daraufhin würde ich antworten, Cell-Call-Check, okay. Sobald das bestätigt worden ist, habe ich die Möglichkeit dann, die Lautstärke komplett abzuschalten. Und sollte dann der Controller was von mir wollen, dann könnte er mich über den Cell-Call-Check erreichen. Darauf werde ich aber nochmal tiefer eingehen, wenn wir in der nächsten Folge über die North Atlantic Tracks sprechen. Gehen wir weiter im Flugplan, und zwar bei Selections. Dort haben wir das OFP-Layout, den Operational Flight Plan. Dort könnt ihr euch das Layout selbst aussuchen. Es ist vollkommen egal, ob ihr Lido, EasyJet, Lufthansa, was auch immer nehmt. Das ist eure persönliche Präferenz. In meinem Falle habe ich die EasyJet-Sache hier. Hier ist das ARAC 2403, das ist das älteste. Also hier steht es auch nochmal in grün, Current ARAC. Und das wäre bei euch auch grün, wenn ihr euch die Subscription von Navigraph gekauft habt. Hier könnt ihr umstellen, ob ihr in Kilogramm oder in Pfund haben wollt. Ich habe das Ganze in Kilogramm, und ich hätte gerne auch meine Flight Maps auf Detailed. Deswegen habe ich das auf Detailed gestellt. Geht aber auch auf die Route nur, simpel oder gar nicht. Bei Taxi Out und Taxi In Time habe ich einfach mal jeweils 10 Minuten eingestellt. Wir sind natürlich bei IFA Flight Rules. Es würde aber auch gehen VFA. Es würde auch IFA zu VFA gehen oder VFA zu IFA gehen. Und wir sind natürlich ein Scheduled Flight. Es würde auch noch Non-Scheduled gehen. General Aviation, Military oder Training. Zum Großteil werdet ihr immer unter Scheduled Flight fliegen. Alternate Count, wie viele Alternates sollen angelegt werden. Wir können ja mal aus Spaß in unserem Falle sagen, wir wollen drei Alternates haben. Und hier drüben könnt ihr auch einstellen, ob ihr ein detailliertes Navlock haben wollt, ob ihr die E-Tops Planung haben möchtet. Das ist speziell bei zwei strahligen Flugzeugen. Ob ihr Step Climbs planen wollt, also sprich, ob ihr auf Langstrecke auf einem niedrigen Level startet, aufgrund des Gewichtes, was ihr habt und dann auf sogenannte Step Climbs immer höher gehen wollt. Es wird eine Runway-Analyse gemacht. Notems werden inkludiert und auch die VFA Notems. Also da habt ihr das komplette Paket. Kommen wir zu dem Punkt Optionale Entries. Hier steht es auch schon geschrieben. Sind automatisch berechnet, können aber geändert werden. Ich lasse es immer auf automatisch. In unserem Falle haben wir 8 Stunden 55 Blockzeit. Je nach Wetter, das ist auch der Wetterwolke, können wir auch draufklicken. Da kriegen wir das aktuelle Wetter von Frankfurt. Dort ist berechnet worden, dass wir auf der 2.5, nämlich auf der 2.5 Center starten. Ankunft in New York soll dann die 3.1 rechts sein. Altitude und Passagiere bleiben auf Auto. Ihr könntet hier auch was eingeben. Dann würde auf dem Flugplan natürlich das erscheinen. Wie gesagt, ich lasse es auf Auto. Passagiere auf Auto lassen ist auch sehr interessant. Die Passagierzahl würde sich dann immer ändern. Fracht, Payload und Zero-Fuel Weight lässt man am besten auch auf Auto. Zero-Fuel Weight deswegen, weil es ist ja ein spezielles Zero-Fuel Weight für den Flieger. Und die Payload und die Fracht kann sich natürlich ändern. Damit haben wir großteils auch schon die Sachen eingegeben, die wir eingeben müssen. Denn das Programm hat alles andere für uns erledigt. Wie wir auf der rechten Seite sehen können, haben wir auch bereits die Route. Kommen wir gleich dazu. Möchte ich jetzt noch tiefer in die Spritplanung reingehen? So habe ich auch hier die Möglichkeit, dies zu tun. Wir können ja mal aufmachen. Und wir sehen, ich habe es auf Contingency-Fuel auf EASA gestellt. Man kann auch aussuchen, dass man 3% oder 5 Minuten mehr Sprit mitnimmt oder 3% und 20 Minuten, 5%. Ich habe es auf EASA stehen. Wir sehen auch hier oben wieder sehr viele Autos. Reserve-Fuel habe ich auf Auto gelassen. Genauso das Taxi-Fuel auf Auto, das Block-Fuel und das Arrival-Fuel. Also sprich, das Block-Fuel errechnet sich ja dann durch die ganzen Fuels mit Trip-Fuel, mit Contingency-Fuel, mit Alternate-Fuel. Das ergibt ja dann unser gesamtes Block-Fuel, was wir drin haben, bevor wir losfliegen. Und Arrival-Fuel ist der Spritanteil, den wir an Bord haben, wenn wir dort ankommen in New York. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir wissen, New York ist sehr voll, also ist sehr busy. Dementsprechend wissen wir, dass wir immer irgendwo in ein Holding genommen werden oder was auch immer. Die Erfahrung sagt uns, wir haben meistens eine 15-minütige Wartezeit. Dann könnten wir bei ATC-Fuel ein Kilogramm ausrechnen. Wir könnten aber auch auf Minuten gehen und könnten sagen, ich nehme mal sicher als halber 15 Minuten mehr Sprit mit für ATC. Wir wüssten zum Beispiel auch aufgrund von unserer Wetterplanung, dass vielleicht hier oben in diesem Bereich sich sehr viele Gewitter befinden. Wir könnten davon ausgehen, dass wir die sogenannte Weather Avoidance machen müssen, also sprich um die Gewitter rumfliegen. Könnten wir auch hier hingehen und könnten sagen, ich mache es wieder mit Minuten. Wir nehmen mal 10 Minuten mehr Sprit mit, um den Thunderstorms, den Gewittern auszuweichen. Das gleiche könnte ich auch bei extra machen. Ich belasse es jetzt mal so, wir sagen, New York ist sehr busy, 15 Minuten und Wetter, haben wir gerade drüber gesprochen, 10 Minuten. Dann wären wir jetzt tiefer auch in die Fuelplanung reingegangen. Kommen wir zur Route. In diesem Falle haben wir einen North Atlantic Track. Da komme ich auch nochmal in einem späteren Video dazu, wie wir speziell auf die North Atlantic Tracks eingehen. Woran erkenne ich die jetzt? Jetzt hier an NUT Golf. Das ist nämlich der North Atlantic Track Golf. Da gibt es sehr viele davon. Die North Atlantic Tracks können wir uns anschauen, wenn wir hier oben auf NUTs drücken. Dann werden die angezweigt. Da seht ihr auch schon, hier haben wir Alpha, Bravo, Charlie, Delta bis Golf. Wir befinden uns auch auf dem Golf, nämlich auf dem NUT Golf, North Atlantic Track Golf. Und hier sind die unteren, Sierra bis Zulu. Die oberen sind für Flüge von Ost nach West und die unteren sind für Flüge von West nach Ost. Ich werde jetzt nicht tiefer in die North Atlantic Tracks eingehen, weil das werden wir tun, wenn wir darüber sprechen. Ihr hättet auch noch die Möglichkeit, eine andere Route euch auszuwählen. Hier steht auch, dass diese Route, die ihr im Moment habt, ist aktuell valid. Und die Distanz beträgt 3416 Meilen. Also ist 2,2% länger als eine Direktroute. Die Direktroute wäre diese gestrichelte Linie im Endeffekt. Wenn ihr jetzt eine andere Route wählen würdet, würdet ihr sehen, diese Route ist auch aktuell. Hat eine Distanz von 3449 Meilen und ist 3,2% länger. Warum? Weil wir auf dem North Atlantic Track Foxtrot sind. Und der geht ein bisschen mehr nördlich. Und so könnt ihr euch durch diese Routen durchprobieren. Ich persönlich lasse jetzt die mit den 2,2% stehen. Alternate Airports sehen wir nochmal. Wir hatten ja auf drei eingestellt. Wenn wir ranzoomen, sehen wir auch bereits, dass diese ganzen drei Alternates mit einbezogen worden sind. Und wir sehen auch, dass der Alternate Baltimore in diesem Falle war. Also wir haben Philadelphia, Baltimore und Washington, D.C. Kommen wir zum ETOPS-Szenario. ETOPS ist die Extended Range Twin Engine Operational Performance Standard. Das ist erstmal ein ganz hartes Wort. Kurz gesagt, es wird festgelegt, wie weit ein zweimotoriges Flugzeug von einem Flughafen entfernt sein darf, wo im Notfall eine sofortige Landung möglich ist. Das System hat schon die Flughäfen ausgewählt. Also wir haben einmal hier, sehen wir ja, das wäre der Punkt mit 180 Minuten, wo wir dann nach Reykjavik gehen würden. Das ist der Equal Time Point. Und das wäre der Punkt, wo wir weitergehen nach Gender. Das wären jetzt diese 180 Regeln. Ich möchte jetzt hier nicht so tief reingehen, da wir ja gegebenenfalls dort nochmal in der North Atlantic Track Folge drüber sprechen werden. Damit wäre der Flugplan erstmal erledigt. Und wir können auf Generieren drücken. Generate Flight. Und der Flugplan ist generiert worden. Wir sehen also, Alternate ist Washington, einer dieser drei. Wir sehen unsere Departure-Zeit, unsere Arrival-Zeit hat er ausgerechnet, wie lange wir in der Luft sind, unsere Block-Zeit. Und hier kommen wir dann auch schon zu den interessanten Sachen. Er hat uns auf jeden Fall auf 38.000 Fuß geplant, mit einem Kostindex von 10. Er hat auch uns den Wind ausgerechnet mit der Wind-Komponente. Und beim Load-Sheet, wir haben 218 Passagiere und die ganzen Gewichte. Die Route ist auch hier. Und jetzt müssen wir es natürlich noch zu Watt-SIM bekommen. Und dementsprechend können wir entweder hier unten, oder wir gehen hier oben auf Prefile on Network. Wenn man hier oben klickt, kommt man im Endeffekt da unten hin. Das wäre dann Watt-SIM. Dort klicken wir auf Prefile. Und wir kommen auf die Seite, die ich vorhin angesprochen habe, wo man alles selbst ausfüllen muss. Dort ist bereits alles ausgefüllt, inklusive der Route und inklusive auch den anderen Informationen. Und da muss man nur noch auf Pileplan gehen. Das wird dann auf Watt-SIM-Netzwerk hochgeladen. Wenn wir jetzt auf View PDF drücken, kommen wir natürlich auf den Flugplan. Dieser kann gegebenenfalls bei euch anders aussehen. Ich habe ja das EasyJet-Layout. Wichtig ist einfach nur, dass ihr wisst, wo ihr gewisse Informationen finden könnt. Dazu werde ich auch nochmal ein Video machen, wie man einen Flugplan, den man gerade erstellt hat, auch in die MCDU eingibt. Und damit sind wir auch am Ende des Tutorials hier über den Flugplan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Selbstverständlich auch. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr keine weiteren Tutorials verpasst. Solltet ihr weitere Fragen haben, so stellt diese gerne in den Kommentaren unten. Ich werde diese natürlich versuchen, zu beantworten. Ich hoffe, wir sehen uns in weiteren Tutorials. Eines der nächsten wird auf jeden Fall der North Atlantic Track sein. Und wie gebe ich einen Flugplan in die MCDU ein? Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, einen wunderschönen Tag. Habt viel Spaß beim Fliegen und always happy landings. Bis zum nächsten Mal.